Wir sind hier in der Situation, wo es offensichtlich nicht mehr darum geht, Menschen aus Seenot zu retten, sondern wo es darum geht, möglichst Migration zu verhindern. Und das äußert sich auf verschiedenen Leveln. Das eine ist die sogenannte libysche Küstenwache, die von der Europäischen Union eingesetzt ist als Handlanger, um die Drecksarbeit zu erledigen. Also die libysche Küstenwache wird dafür eingesetzt, nicht Menschen in Seenot zu retten, sondern Menschen auf Schlauchbooten aufzuspüren, nach Libyen zurückzubringen, wo sie dann in unrechtmäßige Haft kommen, wo sie teils gefoltert werden und es dann eben nach einer Lösegeldzahlung überwiegend erneut versuchen. Das wird gemacht, weil man eben versucht, Migration zu verhindern und dafür auch bereit ist, die Menschenrechte in Kauf zu nehmen. Also was wir hier gerade erleben, ist, dass an der libyschen Küste eben Menschenrechte zur Verhandlungsmasse werden. Und an so einer Stelle ist unsere Demokratie ernsthaft in Gefahr. Wenn man sich jetzt so einen Rettungseinsatz anschaut, wie wir den machen, dann ist die oberste Priorität die Rettung von Menschenleben. Das heißt, wir fahren zu so einem Schlauchboot hin und das Allererste, was wir machen, ist, dass wir die Menschen mit Rettungswesten ausstatten, damit eben niemand mehr ertrinken kann, auch wenn was schief geht bei der Rettung, was immer mal passieren kann, dass ein Schlauch platzt von so einem Schlauchboot, dass Leute ins Wasser fallen. Und deswegen ist bei uns eben das oberste Gebot, dass die Leute erstmal mit Rettungswesten ausgestattet werden, bevor man irgendwas anderes macht. Bei der libyschen Küstenwache ist das anders. Bei denen habe ich noch keine einzige Rettungsweste gesehen. Auf keinem der libyschen Boote habe ich auch nur eine Rettungsweste gesehen. Dabei ist es so, dass so ein Sack Rettungswesten, wie man den bräuchte, um so ein Schlauchboot auszustatten, kostet wahrscheinlich nicht mal so viel mehr als das, was die libysche Küstenwache jeden Tag an Sprit rausbläst, um da ihre Patrouillenfahrten zu machen. Da wird sehr deutlich, worum es da geht. Da geht es eben nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern da geht es lediglich darum, für die Europäische Union die Drecksarbeit zu erledigen und Migration zu verhindern. Da geht es darum, die Leute zurück nach Libyen zu bringen und das ist ein Skandal, weil eben immer noch die erste Priorität sein muss, Menschen zu retten. Und dabei hält man sich dann bitte auch an internationales Recht und dazu gehört eben auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die da halt jeden Tag gebrochen wird, wenn Menschen in das Bürgerkriegsland Libyen zurückgebracht werden. Und das passiert halt nicht, weil irgendwelche libyschen Milizen gerade da Lust drauf haben, sondern das passiert, weil die Europäische Union sie dazu anstiftet. Da ist die Bundesregierung verantwortlich, da sind die anderen europäischen Staaten verantwortlich. Das ist ein Skandal und da sterben regelmäßig Menschen, weil eben die libysche Küstenwache dann mit allen Mitteln versucht, die zurückzubringen. Jetzt werdet ihr oft so als Magnet dargestellt, dass die Flüchtlingswelle von euch verstärkt wird. Also dieses Argument des sogenannten Pull-Faktors ist total absurd. Dass das nicht stimmt, zeigt der letzte Monat. Die zivilen Rettungskräfte sind an der Kette. Es kommen trotzdem weiter Leute. Erst diese Woche ist ein Boot bis nach Lampedusa fast gefahren, weil eben keiner da war. Gleichzeitig war der Juni, wo das angefangen hat, dass Rettungskräfte blockiert wurden. Der tödlichste Monat Juni seit Beginn der genauen Aufzeichnung. Es sind also vor allem deutlich mehr gestorben. Gleichzeitig ist es ja auch so, wie sollen wir denn quasi die Ursache für ein Problem sein, auf das wir eine Reaktion sind. Also es war ja erst so, dass Leute auf dem Mittelmeer gestorben sind. Zunächst sind die dort ertrunken und dann als Reaktion darauf haben wir sozusagen Boote losgeschickt, um dort Seenotrettung zu betreiben. Es ist also total absurd zu behaupten, dass wir sozusagen der Grund dafür sind, dass die Boote losfahren. Das ist auch logisch, weil was man nämlich auch gerne vergisst ist, dass wir ja nicht die einzigen sind, die dort unterwegs sind. Wenn man sich das anschaut, es sind sehr viele Handelsschiffe dort in dem Gebiet unterwegs. Wenn man jetzt gerade aktuell schaut auf marinetraffic.com, das ist so eine Seite, da sieht man, welche Schiffe da gerade unterwegs sind. Dann sind jetzt locker 15 Schiffe dort in diesem Gebiet, was gut von Schlauchbooten erreichbar ist unterwegs. Das sind dann Handelsschiffe, die prinzipiell auch dazu in der Lage sind, Leute aufzunehmen und die, die dann auch nach Europa bringen müssen, weil sie eben an die Genfer Flüchtlingskonvention gebunden sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass eine Rettung durch Handelsschiffe sehr viel gefährlicher ist, als wenn wir das machen, weil die eben weder dafür ordentlich ausgestattet sind. Also die haben zum Beispiel eben auch keine Rettungswesten in ausreichender Zahl dabei. Die haben keine kleinen Rettungsboote, die man braucht, um so eine Rettung sicher durchzuführen. Und die haben vor allem auch keine trainierte Crew, die für so eine Rettung auch trainiert ist. Wir stehen hier zum Beispiel in unserem Bordkrankenhaus, wo eben wir immer eine medizinische Crew auch dabei haben, die dann entsprechende Notfälle behandeln kann. All sowas gibt es auf einem Handelsschiff nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass tatsächlich richtige Rettungskräfte dort vor Ort sind, so wie wir das machen, solange dieses Problem eben besteht. Eigentlich braucht es eine politische Lösung für diese Problematik dort. Es braucht sichere und legale Einreisewege nach Europa. Aber solange dort eben Menschen gezwungen sind, auf diese Boote zu steigen, weil es eben keine Alternative gibt, muss wenigstens die Seenotrettung gewährleistet sein. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir von der Europäischen Union erwarten können, die ja auch mal mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Im Übrigen, weil eben in Europa Menschenrechte gelten, weil wir eben dort relativ hohe Standards haben. Und diese Grundwerte werden hier gerade täglich auf dem Mittelmeer verraten. Also da unten, auf dem zentralen Mittelmeer, da geht es letztendlich um unsere Demokratie, da geht es um unsere Grundwerte, da geht es um die Menschenrechte selber. Und aus genau dem Grund ist es wichtig, da jetzt hinzuschauen und dort vor Ort zu sein, dort aktiv zu sein und eben nicht zuzulassen, dass elementarste Grundwerte, dass Menschenrechte zur Verhandlungsmasse werden und dass wir es akzeptieren, dass dort Leute ertrinken. Seawatch wollte eigentlich nie eine Rettungsorganisation werden. Deswegen heißen wir auch Sea-Watch und nicht Sea-Rescue. Wir haben uns gegründet, weil wir der EU auf die Finger gucken wollten, weil wir schauen wollten, was da an Europas Außengrenze passiert und weil wir Druck ausüben wollten, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung selber nachkommt, dass sie selber dort ein Sinodrettungsprogramm einrichten, dass sie eine politische Lösung für das Problem finden, dass die Leute eben gar nicht mehr erst auf die Boote müssen. Aber solange das eben nicht der Fall ist, mussten wir natürlich vor Ort dann handeln, weil wir eben nicht akzeptieren konnten, einfach nur daneben zu stehen, wenn dort Menschen ertrinken. Und deswegen haben wir eben gehandelt und haben eben die Leute dann aus Seenot gerettet und dadurch sind wir in eine Verantwortung reingedrängt worden, die wir eigentlich nie haben wollten. Wir wollten nie im Prinzip mit einem großen Schiff dort unterwegs sein und Leute nach Italien fahren. Wir wollten lediglich Druck auf die Europäische Union ausüben, aber dadurch, dass uns eben keine andere Wahl gelassen worden ist, dadurch, dass dort eben unterlassene Hilfeleistung passiert ist jeden Tag und wir das halt nicht akzeptieren konnten. Also wir halt nicht gesagt haben, wir lassen die Leute einfach ertrinken. Und wir gesagt haben, wir schauen dahin, wir gehen dahin und wir handeln. Dadurch sind wir dann eben in eine Verantwortung reingedrängt worden, die wir eben jetzt wahrnehmen müssen und wo man jetzt halt auch sieht, wie relevant das geworden ist. Die zivile Rettungsflotte ist der wichtigste Faktor in der Seenotrettung auf dem Mittelmeer geworden. Dass das so ist, das zeigt sich eben auch jetzt gerade an dem tödlichen Juni 2018, wo wir eben sehr viel mehr Todesfälle hatten als jemals im Juni zuvor, weil eben keine Rettungskräfte mehr vor Ort sind. Also zunächst mal ist es so, dass die Libyer teilweise selber Todesfälle zu verantworten haben, weil sie eben anstatt zu retten Chaos stiften, weil sie eben als Priorität nicht haben, die Leute aus Seenot zu retten, sondern sie nach Libyen zurückzubringen. Oft bricht dann Panik aus, weil die Leute genau wissen, was ihnen in Libyen droht. Da droht ihnen Folter, da droht ihnen unrechtmäßige Haft, da teilweise droht ihnen eben auch dort der Tod. Deswegen ist es eben so, dass viele lieber auf See sterben, als zurück nach Libyen zu gehen. Das hören wir regelmäßig von den Menschen, die wir retten. Das hört sich krass an, aber genau so ist es tatsächlich da draußen. Ein weiterer Grund ist, dass eben nicht nur die zivile Flotte im Moment am Arbeiten gehindert wird, sondern es gibt noch eine weitere Rettungsflotte, die in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet hat, vor denen wir großen Respekt haben. Und das ist die italienische Küstenwache. Die italienische Küstenwache ist eine der zuverlässigsten Rettungsflotten weltweit. Es ist eine Flotte, die die letzten Jahre über 100.000 Menschen aus Seenot gerettet hat und die da großartige Arbeit geleistet hat. Unser Verhältnis zu der italienischen Küstenwache war sehr, sehr gut, weil die eben immer genau das Gleiche gemacht haben wie wir. Nämlich Menschen aus Seenot zu beraten sind. Auch die italienische Küstenwache wird derzeit daran gehindert, ihre Arbeit zu machen. Und ich bin mir sicher, dass es viele in der italienischen Küstenwache gibt, die eigentlich auch diesen Ansatz teilen, dass man dort weiter eine humanitäre Politik fährt und die eben nicht dahinter stehen hinter dem, was Salvini gerade macht. Und deswegen ist es aber eben auch so, dass im Moment es zu so vielen Toten kommt, weil eben nicht nur die zivile Rettungsflotte wegfällt, sondern weil eben auch die italienische Küstenwache derzeit wegfällt.